Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute das Gespenst. Und ich spiele mit den Perks Ruin, Spione des Schattens, Stridor und Beständig. So, und ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde und ob die Perks so aufgehen, wie ich mir das vorstelle. Hier ist niemand, dort ist niemand, dann vielleicht auf der anderen Seite der Map. So, ich habe wieder zwei Addons dabei, einmal, dass meine Kraft länger wirkt und dass sich meine Kraft auch schneller wieder auflädt. So, und ich habe dort hinten, glaube ich, jemanden am Generator gesehen. Hallo, Fengmin! Den ersten Hit habe ich schon mal. Okay, sie geht weg von der Palette. Ich versuche sie mal zu überraschen. Ist sie wieder hoch? Ne, da hinten läuft sie. Und der erste Generator wurde schon aktiviert, trotz Ruin, ein bisschen ärgerlich. Auf den Adam, äh, Jeff will ich gerade nicht gehen. Ach, verdammt, der Trick hat nicht geklappt. Ach, da hinten ist sie. So. Jetzt sollte ich dich aber mal so langsam bekommen, meine Liebe. Habe ich dich. Dann hänge ich dich auf. Ich denke... Ach, verdammt, hier ist nicht mal direkt ein Haken in der Nähe. Vielleicht dort auf den Hügel. Jetzt kommt der Jeff zum Bodyblocken. Aber ich glaube, ich schaffe es trotzdem. Ich bin ja einen ziemlichen Umweg gegangen. Ach, war das blöd von mir. Habe ich dich. So. Okay, ich muss mich schneller entscheiden, welchen Haken ich mir aussuche. Okay, der dort hinten wird's. So, ab an den Haken mit dir. Zack. Und... Ich gehe mal wieder zu dem Generator hier hinten. Oh, hier sind ja alle. Hallo. Jeff, einmal. Ich weiß, dass der Bill hier auch noch sitzt irgendwo. Jetzt hinten ist jemand lang gerannt. Da kracht's wieder. Okay, ich weiß aber, dass hier hinten noch irgendwo jemand lauert. Jeff, okay. Mensch. Ich habe mich so ein bisschen aus den Augen gerade verloren. So, auf die Schulter und ab an einen Haken. Mir ist bis jetzt noch keine Laternen aufgefallen. Oh, da wurde der noch gemacht. Vom Bill. Er ist wohl lang gelaufen. Die Spuren haben hierhin geführt. Ne, die Krähen hätte ich gemerkt. Dort oben ist eine Laterne. Okay. Die mache ich kaputt. Und dort hinten muss irgendwo der Bill sein. Habe ich dich, Laterne? So. Hier oben arbeitet jemand. Oder hat sich zumindest drangesetzt. Der Generator geht auch gerade noch an. Oder an dem wird zumindest noch gearbeitet. So, mal schauen, ob ich vielleicht jemanden von den Überlebenden abgreifen kann. Die jetzt versuchen wollen zu heilen. Hier nicht, da nicht, dort nicht. Ach. Okay, da ist der... Der Ace. Den Jeff, der... Ja, den lasse ich mal Jeff sein. So. Habe ich dich. Habe ich dich. So. Und du kommst auf die Schulter und ab einen einhaken. Dann muss ich wieder zu den Generatoren dort unten gehen. Die sind ja jetzt sehr aggressiv. Den Generatoren aktivieren. Ruin steht auch noch. Gibt mir also nicht unbedingt die Zeit, die ich brauche. Aber... So. Genau. Äh... Ding da weg, ne? Und zurück. Wer geht noch zurück? Aber hier oben. Ich glaube, an dem arbeiten sie noch. Ja. Hallo, Bill. Damit hat er nicht gerechnet. So, ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt schnell schnappen kann. Was? Ich habe doch hier... Bin ich blöd? Oder ich dachte, da wären irgendwie Füße gewesen von irgendjemandem. Ich glaube, ich habe mich da einfach verguckt. So, Bill. Aber jetzt... Hol ich mir... Dich! Habe ich dich, endlich. Auf die Schulter mit dir und dann ab an einen Haken. So, ich habe zwei Laternen schon zerstört. So, zack. Ich glaube, es gab zwei Opfergaben insgesamt. Oder drei. Ich glaube, es gab insgesamt zwei. Okay, irgendjemand ist wieder hoch zum Boot. Das muss ich unterbinden. Der Generator ist super weit. So, hier war zumindest gerade eben noch jemand. Vielleicht ist er ins Schrank gegangen? Nein. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der Überlebende hin ist. Okay, da wurde gerettet. Ich glaube, der Generator dort oben ist auch so gut wie... Ja, den kann ich aufgeben. Wäre aber gut, wenn ich den und den hier auf dem Dock und den dahinter halten kann. Die sind recht nah beieinander. Und das kann den Überlebenden schon sehr zu schaffen machen, denke ich. So, hier ist aber niemand... Okay, gut. Dann entscheide ich mich jetzt für diese drei Generatoren. Den auf dem Boot gebe ich jetzt so ein bisschen auf. Na, okay. Ich wusste es, dass sie dort sind. Also, ich wusste, dass irgendjemand das da... Gesehen hat. Hallo, Ace. Du Totem Zerstörer. Balanced Landing, denke ich mal. Oh, ist das laut. Was haben die denn hier gemacht? Ist ja einfach... Er ist einfach weitergerannt. Cleverer, Ace. Hallo. Und... Habe ich nicht. Na, komm. Ich fänge jetzt noch Schlager, wird der Ace wieder aufgehoben. So, ich würde dich gerne eigentlich an den Haken hier hinten hängen. Denn das ist so, ja... In meinen drei Generatoren drin, ne? Die ich jetzt halten möchte. Der, der und der dort hinten. So, jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass sie den Generator hier vorne nicht machen. Denn der... An dem war zumindest die Fang gerade eben noch. Hallo, Fang. Und... Zack. Schade. Und Ace wurde auch direkt wieder geheilt. Und jetzt sind die natürlich alle dort hinten. Verdammt. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Ich hänge die Fellen schnell an. Ähm... Dann gehe ich zu den Generatoren wieder nach dort hinten. Zu dritt geht ein Generator verdammt schnell. Oh, und die ist auch nicht mal tot. Verdammt. Ich muss die überleben. Langsam mal töten hier. Ich weiß, dass hier noch eine Laterne ist. Die kriegt den Klapps ab. Zack. An dem sind sie nicht. Ich denke aber an dem hier hinten. Zumindest wollte da gerade jemand langlaufen. Ich dachte, ich hätte hier jemanden gesehen. Hallo. Ah, okay, ja. Ich wusste, dass der nicht drauf geht, der Hit. Hallo. Einmal. Und hoch zum Boot. Dort hinten ist ein Rabe aufgescheucht worden. Clever. Er ist wieder hier runter. Dort oben ist die Fang. Und der Jeff. Ich muss mich für jemanden entscheiden. Ich entscheide mich, denke ich, für Jeff. Denn auf den bekomme ich jetzt einen freien Hit. Das Ding ist, der Bill ist dort oben an dem Generator. Und wird den jetzt bald fertig machen. Das wird schon sehr schwierig jetzt. Schade. Habe ich dich. Und das war der letzte Generator. Okay. So, du kommst jetzt hier an den Haken und alle sind gesund. Verdammt. So, zack. Und du bist ja auch noch nicht tot. Oh Mann. Am Ende gehe ich hier ohne Kills raus. So, das Ding ist... Hier sind halt beide meiner Tore. Ich kann den halt jetzt auch nicht einfach dort... Ich muss halt jetzt auch immer wieder hin und her laufen. Um meine Tore zu verteidigen. Das macht es für die Überlebenden natürlich sehr schwer, jetzt den Jeff zu retten. Hier war jemand. Hier waren zumindest Spuren. Dort ist die Fang. Oh, dass er nicht drauf ging. So, und da rettet der Bill. Pass auf, ich muss ganz kurz... Okay, egal. Lass ich jetzt den... Ach, verdammt. Was mache ich jetzt? Ich hätte jetzt schnell einen... Das Ding ist, Bill ist tot, wenn ich ihn schnappe. Die werden jetzt easy die Tore aufmachen. So, und er hat wahrscheinlich Balanced Landing. War das ein Fehler? Okay, dort wieder unten heran. So, zinken ist der. Okay, den hole ich mir. Der erste ist schon rausgerannt. Hallo, Bill. Ach, ich hab ein bisschen verhauen jetzt. So, hier trete ich gegen. Er geht nach unten. Nein, geht er nicht. Der ist dritt... Unten ist der. Okay. Der Bill macht's spannend. Der spielt jetzt gerade echt gut. Der... Oder ich spiel gerade echt schlecht. Der weiß zumindest jetzt gerade sehr gut, wie er mich hinhält. Was? Das war kein Hit? Okay, jetzt hab ich verloren. Das war scheiße. Ach, war das blöd. Okay, ja, jetzt hab ich verhauen. Okay, ach, Mann. Schade. So, raus mit dir. Woofless Killer trotzdem. Naja, man muss nicht unbedingt töten, um Pip zu machen anscheinend. Die haben aber sehr, sehr gut gespielt, muss ich sagen. Die haben die Generatoren gut durchgehauen. Ich hab mich aber auch zu weit vom Tor weglenken lassen. Fast volle Punkte. Naja, immerhin, ne? Okay, wie sieht's hier aus? Hier nur Bronze, weil ich keinen getötet hab. Trotzdem schillernd im Jagen. Silber verletzt. Okay. Naja, gut. Den Bill hätte ich jetzt vielleicht nochmal schnappen können, aber da hab ich halt am Ende verhauen. Aber gut, andererseits. Der ist entkommen mit seiner Münze da und bekommt seine... Der ist entkommen und bekommt jetzt viele Eventpunkte mit seinem Gefäß da. Da kann der sich auch mal freuen. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.